Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute möchte ich mit euch fünf besondere Dinge besprechen, die eure Vagina kann, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Viel Spaß bei der Folge. Punkt Nummer eins, die Vagina ist ein eigenes Stoffwechselorgan. Tatsächlich beherbergt die Vagina über 500 Bakterienarten, weit über 1000 Virenstämme und bei über 85 Prozent der Frauen, die ihre Periode, also den Zyklus haben, auch Pilzarten aller Art. Und dieses Vaginom hat eine eigene Stoffwechselaufgabe und ist enorm wichtig für den weiblichen Körper und den weiblichen Stoffwechsel. Zweiter Punkt, die Vagina kann deine Unterwäsche bleichen. Du hast es vielleicht selber schon mal festgestellt, gerade dunkle Unterwäsche ist an der Stelle, wo das Vaginalsekret austritt, ein bisschen heller oder ausgeblichen. Und tatsächlich hat das auch was mit diesem Stoffwechselorgan zu tun und mit speziellen Bakterienarten, den sogenannten Lactobacillen, also Milchsäurebakterien. Einige von diesen Lactobacillen können tatsächlich Wasserstoffperoxid produzieren, H2O2. Und das kennen wir alle vom Zähnebleachen oder auch Wäschebleachen oder auch Aufhellen. H2O2 ist ein gutes Bleichmittel und entfärbt Unterwäsche. Also sind diese weißen Stellen in der Unterwäsche auch nichts Schlimmes, sondern eher ein Indiz dafür, dass dein Vaginom sehr gut bestückt ist mit Lactobacillen, die Wasserstoffperoxid produzieren können. Und dieses Wasserstoffperoxid ist wichtig für die eigene Immunantwort und Immunabwehr der Vagina, denn das tötet nicht nur Farbstoffe ab, sondern eben auch Bakterien, die nicht dorthin gehören. Sollte deine Unterwäsche jetzt aber nicht ausgeblichen sein, ist das erstmal auch noch nicht schlimm. Das sind nur spezielle Lactobacillen, die dieses H2O2 produzieren können. Dann kommen wir auch direkt zu Punkt Nummer 3. Die Vagina ist nämlich selbstheilend und selbstreinigend. Durch dieses unglaubliche Vaginom und die Bakterien und Virenstämme hat sie eine eigene Immunantwort. Weshalb es auch immer mal wieder zu Infektionen kommen, die ein, zwei Tage andauern und dann, ohne dass man behandelt hat, ist alles wieder soweit in Ordnung. Sollte dieses Vaginom oder diese Balance aus diesen Bakterien und Viren aber durcheinander kommen, beispielsweise durch ein Antibiotikum oder aber auch durch die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmittel, dann kann es zu wiederholten Infektionen kommen, weil dieses Vaginom gestört ist. Und selbstreinigend ist sie auch und genau dafür ist das Vaginalsekret da. Das besteht nämlich ganz viel aus dieser Milchsäure, aber eben auch aus abgeschilferten Zellen. Ähnlich wie bei den Ohren, die sich selbst reinigen, wo ja auch ein Sekret rauskommt, was wir in Deutschland Ohrenschmalz nennen, ist das Vaginalsekret eben auch eine Reinigungsfunktion. Weshalb auch irgendwelche Düfte, Steamings, Cremes, Bürsten für die Vagina absolut tabu sind. Ihr bringt nur mehr durcheinander, als ihr Gutes bewirkt. Vierte spezielle Eigenschaft der Vagina, sie ist unfassbar dehnbar. Stellt euch das Ganze so vor, dass die Vaginalwand aufgebaut ist wie eine Ziehharmonika. Sie ist also gefältelt und kann ihre eigene Oberfläche um ein Vielfaches erhöhen, was natürlich bei der vaginalen Geburt immens wichtig ist. Aber auch bei anderen Gegenständen und oder Penis ist es wichtig, dass die Vagina dehnbar ist. Sie ist ein ungefähr 10 bis 12 Zentimeter langes Hohlorgan. Und gerade wenn man mit irgendwelchen Sextoys oder auch Penis oder anderen Dingen irgendwas in die Vagina einführt, kommt natürlich auch immer ein bisschen Luft mit rein. Und dadurch, dass die Vagina oben ein blindes Ende mit einer kleinen Muttermundsöffnung hat, kommt diese Luft natürlich auch gehäuft dann wieder raus, wenn man gerade irgendwas in die Vagina eingeführt hat. Und das passiert ja sehr oft nach dem Geschlechtsverkehr. Und diese Lüfte, die da entweichen, hören sich zwar lustig an, aber haben nichts mit dem Stoffwechselprodukt der Bakterien in unserem Darm zu tun, sondern es ist einfach Luft, die reinkommt und auch wieder raus muss. Fünfte wichtige Eigenschaft, Vagina ist nichts anderes als ein Muskelorgan. Tatsächlich kann man Muskulatur ja auch trainieren. Und so kann man die Vaginalmuskulatur auch entsprechend trainieren. Das geht über gezieltes Beckenbodentraining mit oder ohne auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel Liebesperlen oder diese Dilatatoren oder Vaginalgewichte. Gerade Frauen nach der Geburt haben oft das Gefühl, dass die Vagina ausgeleiert ist, was sie ja auch in dem Augenblick ist. Aber sie merken auch, mit etwas Geduld, Zeit und vor allen Dingen auch gezieltem Training kann die Vagina sich auch wieder entsprechend zusammenziehen, sodass dieses ausgeleierte Gefühl weg ist. Wie ihr seht, hat die Vagina unglaublich wichtige und besondere Aufgaben im weiblichen Körper, weshalb wir ihr hier auch nochmal huldigen und sagen, wie speziell die Vagina ist mit all den Dingen, die sie so am Tag tut, ohne dass ihr es merkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch bitte wissen mit einem Kommentar und einem Like und natürlich einem Abo. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß. Bis dahin. Tschüss. Likowski. 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 Vielen Dank.